Donau Rathotel Eine Fahrradgasche, Pannenhilfhilfe sowie Leihräder stehen bereit. Von hier können Sie die traumhafte Donaulandschaft erkunden. Der Wachauerhof bietet Ihnen 15 gemütliche Zimmer, ausgestattet mit Naturholzmöbeln und modernstem Komfort. Der schattige Gastgarten ist der perfekte Platz, um sich für eine Radtour zu stärken. Genießen Sie die ausgezeichnete regionale Küche und das herrliche Panorama. Für die Kleinsten gibt es auch ein Plätzchen. Wir helfen Ihnen fachkundig bei der individuellen Tourenplanung und informieren Sie über Sternfahrten zu Burgen und Schlössern. Genießen Sie die Landschaft auch beim Wandern oder beim Golfen im nahen Golfclub Mariettafern. Besonders schön sind kombinierte Ausflüge mit Rad, Bahn und Schiff. Vom hauseigenen Bootsteg aus können Sie eine flotte Bootsfahrt auf der Donau machen. Lassen Sie sich während eines Urlaubs an der Donau in unserem Haus verwöhnen. Vom hauseigenen Bootsteg aus können Sie eine flotte Bootsfahrt auf der Donau in unserem Haus verwöhnen. Vom hauseigenen Bootsteg aus können Sie eine flotte Bootsfahrt auf der Donau in unserem Haus verwöhnen. Vom hauseigenen Bootsteg aus können Sie eine flotte Bootsfahrt auf der Donau in unserem Haus verwöhnen. Vom hauseigenen Bootsteg aus können Sie eine flotte Bootsfahrt auf der Donau in unserem Haus verwöhnen.